Rising Stars, Preisträgerinnen und Preisträger. Dieser Konzertform ist meinem Collegium Musicum seit vielen Jahren sehr beliebt. Auch dieses Jahr werden wir drei junge Ausführende auf dem Podest haben und geleitet wird das Konzert vom sehr beliebten jungen charismatischen Dirigenten James Low, ein guter Freund von mir, der uns schon im Herbst 2019 sehr zu begeistern vermuchte. Freuen Sie sich auf einen Abend voller musikalischer Feuerwerke. Freuen Sie sich auf einen Abend voller musikalischer Feuerwerke.